Als erstes importieren wir den Clip, auf dem wir den Text platzieren wollen. Wir klicken den Node an und pressen 1, um ihn links anzeigen zu lassen. Jetzt drücken wir STRG und Leertaste und suchen nach dem Text-Node. Wir öffnen nochmals das Suchfenster und suchen nach dem Tracker. Die Verknüpfung zwischen Text und Tracker entfernen wir mit einem Klick auf diese. Ein drittes Mal öffnen wir das Suchfenster und wir fügen den Merge-Node zu unserem Projekt hinzu. Auch hier entfernen wir gleich die Verknüpfung. Nun verknüpfen wir das rote Viereck unserer ursprünglichen Aufnahme mit dem gelben Eingang des Trackers. In unserer Timeline bewegen wir uns auf die Startposition. Wir klicken auf den Node des Trackers, pressen die Taste 2 und jetzt haben wir ihn in unserem rechten Kompositionsfenster. Nun platzieren wir den Tracker, also das Viereck, auf einer markanten Stelle in unserem Video und starten den Tracking-Vorgang. Wir bestätigen mit OK. Jetzt klicken wir auf unseren Text-Node und geben einen Text ein. Wir klicken nochmals auf den Text-Node, pressen 1 und uns wird der Text-Node im linken Kompositionsfenster angezeigt. Wir klicken mit der rechten Maustaste in die Mitte unseres Kompositionsfensters, wählen Text-Center aus und connecten das Ganze zu Tracker Path und Position. Jetzt verknüpfen wir den Ausgang des Text-Nodes mit dem Vordergrund des Merge-Befehls, sowie den Ausgang des Trackers mit dem Hintergrund des Merge-Befehls. Wir klicken erneut auf den Merge-Node und pressen die Taste 1, um ihn im linken Kompositionsfenster anzuzeigen. Nun können wir auch Größe und Orientierung des Texts ändern. Nun können wir unseren Clipper auch exportieren. Wie das funktioniert, ist auf der Webseite von Blackmagic sehr gut erklärt.